Wir haben drei kleine Kinder. Sie sollen genauso die Natur erleben draußen, wie wir es getan haben. Daher haben wir uns dazu entschieden, eine Photovoltaikanlage auf unser Hausdach zu installieren. Und jetzt können wir unseren Strom selber produzieren. Wir haben hier den Job als Klimaheld nun gestartet. So ein bisschen auch Vorreiter zu sein. Das ist an der Stelle wichtig im Unternehmen, das den Zweck in den Firmennamen bringt. 1,5 Grad, finde ich schon ein ganz klares Zeichen. Was ich an 1,5 Grad einfach so interessant finde, ist dieser Innovationsgrad. Es ist nicht so das Klassische, okay, es kommt eine PV-Anlage aufs Tag und dann bist du irgendwie autark. Sondern Systema-Dynamic-Cals, dass man dann auch den Strom bezieht von der Strombörse, wenn er gerade günstig ist oder teilweise sogar im negativen Bereich in Deutschland. Das ist für mich die Zukunft. Wir produzieren ungefähr 60 Kilowattstunden im September pro Tag und können davon allein anderthalb Wochen jeden Haushalt betreiben. Wir haben den Heartbeat unten im Keller, den Energiemanager, der das alles für uns perfekt managt. Ich habe auch die Möglichkeit, meinen überschüssigen Strom an der Strombörse anzubieten und dadurch die Wirtschaftlichkeit dieser gesamten Anlage positiver zu gestalten. Dieses Gesamtkonzept von 1,5 Grad ist enorm innovativ, bietet ausweislich die größte Wirtschaftlichkeit und die beste Effizienz für die Zukunftsstrategie in Deutschland. Jeder muss einen kleinen Baustein leisten und dann schaffen wir das 1,5 Grad zählen. Dann können wir es wiederholen. Vielen Dank.